so zart und saftisch und spritzig machen wir hier weiter alter die letzte pisode war der hammer scheiße keine kisten hier hat er kaputt nicht in dem mann ich bin froh dass es dir gut geht gabe sagte ihr wurdet getrennt aber ich laufe schnell trainiere täglich also was war das ungeheuer da eben das war peter die aufseherin hat uns irgendein virus initiiert das virus wurde in petro aktiv wegen seiner furcht ich glaube ich habe davon gehört ein virus das auf furcht reagiert man sollen doch menschen vor viren beschützen nicht selbst infiziert werden ich glaube du kannst du noch nicht erst unser bord neil fischer du bist barry die bürtons tochter oder der nette ist bei der bsaa wären sie so nett und erwähnen barry und mich nicht im selben satz dass er kaum muni drinnen auch da scheiße hier Okay. Ja, ey, braucht Muni, verdammt, alter, sonst kann ich ja ja noch schon machen, ey. Verdammt, ey. Kurz alles absuchen hier, ey, weil sonst bringt mir das nichts. Oh, komm her, du scheißte. Mach schönen Sitz, ey. Scheiß, wie, komm her, Alter. Oh, arisch. Hacker, die Schnauze voll. Mach da mal auf, die Scheißhütte, hier. Na, endlich, ey, rin hier. Ja, Alter. Ja, da gibt's ja noch einen Weg, ey, scheiße, ey. Und er bleibt da, oder was? Er kann auch hochspringen. Ich komme später nach, macht, dass ihr zum Turm kommt. Kommt schon, ihr Freaks, packt nicht, wenn ihr könnt. Na, dann viel Spaß, ey. Ja, aber trotzdem, aber ohne Muni sind wir trotzdem aufgeschmissen. Mann, die alte leuchtet doch mal hier. Mann, ist ja richtig hell hier, ey. Komm, mach auf den Scheiß hier. Scheiße. Ja. Ich sag gerade, das knackte Stimmel-Tastik hier irgendwie. Einmal. Oh, was haben wir drinnen? Teilbox. Oh, Mann, ey. Na, der soll mal kommen. Kleiner Frick, ey. So, wozu ist das hier? Oh. Ey, da war so eine Macke, Alter. Frag mich, wozu das ist, ey. Hm. Wozu ist denn da die Kiste, gut, ey. Ach, für da oben? Ach, du Scheiß, ey. Ach, nicht hoch. Diese verdammte Scheiß-Radio, ey. Oh, Mann. Mann, die da oben habe ich gar nicht gesehen, ey. Gucken, was wir da haben. Schrotflinte, ja. Ja, durch hier. Da sind sie. Sei vorsichtig. Ja. Das hat er nun auch von seiner Neugier. Ja. 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 Na, die muss ich wahrscheinlich alle umnehmen. Boom. Scheiß, komm her, Alter. Mann, komm her, hier. Scheiß, komm her, Alter. Ey, die Großen sind ja Wahnsinn, ey. Ey. Oh, weg damit. Ja, lockt auf. Tobas? Sagt mir jetzt nichts, aber Nehmen wir mal mit Wer ist denn das da? Achtet Mädel Ja, wir haben sie im Gefängnis gesehen Sie trägt ein Armreif Glaubst du, sie gehört zum Experiment? Wenn die Aufseherin auch kleinen Kindern Angst einjagen will Ist das echt pervers Von der anderen Seite verschlossen, ey Fuck, ey Mann, hier unten ist ja richtig hell, ja Oh, ne Nimm diese Munition! Oh, stirb, Alter Ätzend, ey, die Großen Schöne, Alter Ey, ich brauch Muni, ey Ich bin aufgeschmissen, ey Ich bin aufgeschmissen, ey Ich bin aufgeschmissen, ey Nimm mal ein Teil Ah, für kleine Hände, also können wir die schon mal nicht aufmachen haben wir jetzt schon mal offen sehr schön okay Ja, ach nee. Ich darf nicht hängen, dann ist das kein Problem, ey. Ah, schon bräuchte ich weiter auch, man sieht auch hier nix, ey, das ist zum Kotzen. Oh. So, die muss... Oh Mann, ey, wo steht denn die alte Fotze, ey? Ja, aber die muss ich jetzt nochmal aufmachen, dass ich jetzt Scheißding darin stellen kann. Du sollst die Kiste nehmen. Ja, oder so. Ach, Mädels, ey, ihr könnt doch gar nix, ey. So, meine Fresse, ey. Oh Mann, ey. Ja, würde ich sagen, machen wir Schluss und machen in der nächsten Runde weiter. Bis dann.